ein habe ich gemacht herzlich willkommen auf dem gast dann gaming und heute springen wir wieder wie ihr sehen könnt eine runde desenders und heute nutzen wir oder machen wir mal hier die eine session ich glaube so heißt das und gehen hier insel hügel ja ich mach mal kurz ein kart und dann sehen wir uns einfach gleich wenn wir hier das ganze einmal geladen haben oder wenn das klar ich muss doch keine machen weil es hat schon okay wir müssen zwei rückwärts saltos machen sollte machbar sein wenn ich jetzt nicht nur so dumm bin so also zwei rückwärts saltos ein habe ich gemacht ja so jetzt finden noch ein zweiter und da ist der zweite ok gut ich habe zwei auf jeden fall geschafft ich bin jetzt mal kurz außen rum gegangen weil ich habe ja eh schon die zwei gemacht so da unten ist das ziel scheiße ich habe insgesamt eine minute und zehn gebraucht so jetzt gibt es hier einmal flach gerade rennen und steil machen wir mal das hier mal gucken was hier so ab geht schlimmere stürze kosten dich mehr erfahrung oder was mache zwei beiner konzession die solchen dessen machen geht das auch hier ja ich weiß habe keine ahnung wo man das machen soll aber ist auch egal wir fahren jetzt hier rein und sind im ziel haben zwar die aufgaben nicht geschafft aber egal so gehen wir mal hier auf steil da gibt es nämlich auch immer hast du generierst einen lebenspunkt wenn du ein zusatz ziel erreichst sehr viele sekunden in der luft sollte machbar sein so gucken wir doch mal aua hey warum habe ich denn jetzt zwei minus zwei auf einmal gab egal ernsthaft jetzt man ey ich habe es einmal geschafft oder keine ahnung mal einer fehlt mir jetzt mehr steigen alle strecken haben eine höhere steigung gibt dir einen kompass der immer zum ziel zeigt verbessert die balance beim alle strecken haben weniger hindernisse und bäume ja machen wir mal das rennen kurvige rennen kurvige rennen flach kurvige rennen wir machen einfach mal rennen warte auf fahrt generieren das letzte level einer umgebung hat einen end gegner erreicht das ziel ohne beschleunigungen loszulassen ok muss einfach nur einfach nur gas geben sollte eigentlich machbar sein es sei denn man fährt so dumm wie ich so jetzt aber ich weiß absolut nicht wo das ziel ist aber egal so ich sehe halt nichts ah jetzt ist das ziel dort ich habe noch nicht ja ich habe es geschafft perfekt jetzt habe ich wieder ein leben das ist doch geil machen wir jetzt mal kurvige rennen und sehen wir wie ich das schaffe jedes kurvige verbessert einen bestimmten spielstil erreiche das ziel ohne die beschleunigung loszulassen ja ich bin jetzt schon am arsch der welt so also das hier ist jetzt einfach nur kurvig ok sollte ja machbar sein mal sehen das war wirklich knapp das war richtig knapp aber wir haben es geschafft darf einfach nur nicht den finger vom gas nehmen so boah das macht aber auf jeden fall schon bock ne hätte jetzt so bock so in echt einfach das zu machen aber gut hier wo ich wohne gibt es sowas nicht na ich müsste es jetzt geschafft haben ja so let's go dann flachkurve euro euro ihr wisst was ich mein zusatz ziel erreiche das ziel in 55 sekunden ist das jetzt nur ein zusatz ziel oder muss ich jetzt einfach nur gas geben ich gebe jetzt einfach nur gas egal so zack ja das ist doch geil das ist echt geil so jetzt einmal hier lang einmal hier einmal hier einmal hier ich hab noch fünf sekunden fünf sekunden fünf sekunden fünf sekunden fünf sekunden fünf sekunden boah alter war das knapp gut kurvige rennen mhm du kannst einen speedrun timer in den spieleinstellungen einschalten mach zwei saltos sollte machbar sein ich will mir jetzt das hier nicht angucken wir einfach nur let's go ach das ist sogar das was ich machen muss ja hier kann man schlecht zwei saltos machen da aber jetzt gibt ein bisschen stoff hier aber ich muss ein salto machen einer so zack zack so muss noch ein machen und dann habe ich es geschaut so jetzt müsste hier gleich irgendwo wahrscheinlich noch ein zweites dings kommen na ich bin abgekommen scheiße mann wann kommt denn jetzt hier mal ein zweites alter ich musste zwei machen aber ich kann nur egal 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 so steil kurvige tricks erreiche das hier ohne beschleunigung loslassen okay das sollte ich schaffen ich glaube das ist jetzt ein bisschen schwer tatsächlich mal sehen was ist das denn hier für eine farbe so komm ich überhaupt hoch mit 30 km h So, jetzt werde ich, glaube ich, schnell. Das freut mich gar nicht. Aua! Ja, ich habe es doch jetzt nicht geschafft, oder doch? Egal. So. Okay. Ne, ich fahre jetzt einfach dran vorbei. Juckt mich nicht. So. Hab nicht losgelassen. Ich gebe immer noch Gas. So. Zack. Man kann das gar nicht schaffen, so. Stein. Was macht denn da auch ein Stein, ey? So. Ja, nix hier. So, hab ich es jetzt mal endlich geschafft. Ja, bam. Danke sehr. So. Flach gerade Tricks. Kurvig. Ja, machen wir hier mal Kurvig. Low ist die Menge an Rap, die du pro Minute erhältst. Okay. Schaffe den Miniboss. In diesem Level. Miniboss? Boah, das ist so windig hier. Also, bei uns jetzt in echt, ne? Nicht hier in diesem Spiel. Boah, ich wollte gerade einen Flip machen, aber nee, lieber doch nicht. Das ist der Miniboss. Ah ja, das war der. So. Boah. Nein. Oh, jetzt hab ich wieder ein Leben verloren. Wegen dem Trail, ey. Das ist doch ein schlechter Scherz. Jetzt verkacke ich gerade die ganze Zeit, oder was? Mehr mittig. So, jetzt. Bam. Hier kein machen. Und jetzt einfach nur gerade fahren. Hier auch kein machen. Hier kann ich einen machen. So. Da mach ich aber kein. So. Zack. Okay. Hier ist ein Strohballen, hab ich aber gesehen. Und da ist das Ziel. Bam, Junge. Okay, wir haben jetzt wieder ein Crew-Member. Erhöht die Stärke des Bunny-Hops. Alle Strecken haben eine höhere Steigung. Erhöht die Intensität vom Pumpen und Gegenpumpen. Er zieht mehr Stunts auf allen Strecken. Ich mach das hier. Leute, ich würde aber auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auch meinen Discord-Seller vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung. Und vor allem aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Abo 300, euer Sandu. Ciao, ciao. Schaut. Schaut. Untertitelung. BR 2018